Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Für die Fans des SV Waldhof war unser heutiger Studiogast im Spätherbst seiner Karriere ein wahrer Fußballgott. Denn bei den Blau-Schwarzen begann seine Karriere und da endet sie auch. Dazwischen lagen insgesamt 343 Erstligaspiele und 16 Champions-League-Auftritte. Herzlich willkommen, Hanno Balic. Servus, Hanno. Hi. Das ist eine imposante Zahl, 343 Erstligaspiele, 16 Mal Champions League. Da gab es auch noch ein paar Europa-League-Spiele, glaube ich, zwischendrin. Jetzt ist die Karriere ein paar Tage schon zu Ende. Blickt man mit Stolz zurück, wenn du diese Zahlen auch hörst? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Zahl an sich dann auch in der über die Länge der Karriere gesehen drückt schon aus, dass man auch in jedem Jahr auf dem Platz stand und nicht irgendwo ein Bankdrücker war, sondern einfach auch viel gespielt hat und viel auf hohem Niveau gespielt hat. Und das ist schon was, wo man jetzt oder wo ich jetzt sehr stolz drauf bin, ganz klar, auf das Sportliche erreichte. So während der Karriere strebt man natürlich immer danach noch mehr, noch höher, noch weiter. Am besten noch einen Titel oder ähnliches. Aber jetzt so im Rückblick muss man schon sagen, da ist schon vieles sehr gut gelaufen, auch so was die Gesundheit betrifft. Und deswegen kommt dann auch so eine Zahl zustande. Am Ende war es dann doch wieder blau-schwarz, wo sie aufgehört hat, die ruhmreiche Karriere. War das so auch ein Wunsch von dir, da zu enden, wo man begonnen hat, mit dem Profi da sein als Fußballer? Ich habe mir ein bisschen abgewöhnt, im Fußball irgendwas zu planen, weil es einfach nicht planbar ist. Das entsteht dann aus der Situation heraus. Und es hat dann in der Situation gut gepasst. Ich hatte noch ein Jahr zweite Liga beim FSV Frankfurt gespielt und dann für mich ein sehr interessantes Angebot vom ZDF bekommen, was so die Überleitung in die zweite Karriere oder in einfach nur eine berufliche Phase dann für mich war. Und dann habe ich eine Möglichkeit gesucht, neben diesem Einstieg beim ZDF auf möglichst hohem Niveau noch Fußball spielen zu können. Und da war Waldhof dann genau die richtige Adresse, um da einzusteigen. Dann lass uns doch da gerade weitermachen, bevor wir nur auf die eigentliche Karriere zurückblicken. Die Funktion beim ZDF, da heißt es immer, du wärst Berater, du würdest analysieren. Wie darf man sich das vorstellen? Sitzt du neben dem Bellaretti und flüsterst ihm zwischenrein, dich spielen mit Dreierkette, zwei Sechser und hängender Spitze oder wie ist das? Ich bin zum ZDF gekommen. Das erste Angebot war, als in der Sportreportage, der sonntäglichen Sportreportage, ein Fußballblock eingebaut wurde mit dem Namen Nachspiel. Das war damals dann eine wöchentliche Veranstaltung. Wir waren drei Experten, die da ihre Auftritte hatten. Wir haben das jetzt ein bisschen runtergefahren worden. Das Nachspiel findet nur noch alle zwei Monate statt. Mittlerweile bin nur noch ich als Experte da. Also da bin ich als Fußballexperte in der Sportreportage. Das ist der eine Teil. Und dann kam Dieter Kruschwitz, der damalige Sportchef, auf mich zu und sagte, Bela Redi bräuchte noch einen Flügelmann, der ihn unterstützt. Und so bin ich dann relativ schnell an die Seite von Bela gerückt und habe ihm da fachlich, sachlich zugearbeitet während seiner Kommentare. Wir haben sehr lange Champions League zusammen gemacht, hatte dann die Europameisterschaft in Frankreich mit ihm zusammen gemacht. Dann gab es einen Wechsel zu Martin Schneider als Kommentator. Mit dem Schneider habe ich jetzt die WM in Russland zusammen gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir bereiten uns jetzt schon so ein bisschen vor auf die WM in Katar und da freuen wir uns sehr drauf. Und da bin ich jetzt auch dann als Co-Kommentator zu hören. Also ich habe jetzt bei der letzten Europameisterschaft, die ja in ganz Europa war, sogar eine Stimme bekommen. Ich bin nicht mehr nur der Zuflüsterer, sondern bin als Co-Kommentator auch zu hören. Und da sieht man auch, wie sich da das Fernsehbusiness weiterentwickelt. Jetzt, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, das impliziert, dass der Bela Redi keine Ahnung von Fußball hat, wenn er nebendran einen braucht, der im Zettelchen rüberreicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Aber wie konkret sieht das denn dann aus? Sitzt du tatsächlich nebendran und machst so ein paar Notizzettel? Reicht sie rüber? Oder zeigst du ihm eine Taktik, die vielleicht eine Mannschaft spielt? Ja, es geht es geht schon darum, erst Bela Redi und jetzt Martin Schneider einfach zu unterstützen. Gerade auch so ein Zusammenspiel. Einer von uns beiden guckt direkt aufs Spielfeld, meistens der Kommentator. Der andere beobachtet dann das Spiel auf dem Bildschirm, weil das, was auf dem Bildschirm läuft, ist auch das, was der Zuschauer zu Hause sieht. Manchmal passieren aber Dinge abseits des Bildschirms, sondern es ist wichtig, dass das andere Augenpaar das gesehen hat und einschätzen kann, was da passiert ist. Und ansonsten ist es einfach auch nur eine Unterstützung. Zum einen, um Spieler zu erkennen. Es gibt Stadien, da sitzt man auch als Medienvertreter ganz weit oben und die Spieler unten sind so groß. Und dann, wenn es schnell wird und schnell geht, dann nennt man auch gerne mal einen falschen Namen. Da ist man einfach ein bisschen unterstützend mit dabei. Und dann zum anderen natürlich auch ist gefragt, da die sportliche Expertise einzubringen. Was verändert sich taktisch auf dem Platz? Weil der Kommentator natürlich dann auch Geschichten rund um die Spieler, rund um das Spiel erzählt. Und meine Aufgabe ist es dann eher wirklich taktisch, analytisch zu gucken, was verändert sich während des Spiels. Und das dann auch noch mit einfließen zu lassen, um dem Zuschauer einen möglichst breiten Überblick über das Spiel und alles drum herum zu geben. Das klingt so ein bisschen, als hättest du Ihren Spaß bei dieser Aufgabe. Ist es so? Ja, die ersten Jahre waren sensationell, wenn wir im Prinzip alle zwei Wochen irgendwo durch Europa geflogen sind, Champions League Spiele zu machen. Großveranstaltungen, Europameisterschaft in Frankreich, WM in Russland, jetzt die Europameisterschaft, die in ganz Europa war. Wir waren in Budapest gewesen, waren in Bukarest gewesen. Auch völlig strange zu dem Zeitpunkt in Deutschland war Lockdown, war alles zu. Und in München durften glaube ich bei der EM gerade mal 15.000 Zuschauer rein. Und wir waren bei 65.000 in Ungarn gewesen. Also schon sehr interessant alles. Und es macht natürlich Spaß, weil ich trotzdem mit dem Top-Fußball da auch verbunden sein kann, verbunden bleiben kann. Und unheimlich viel auch lerne dann auch für meine zweite Tätigkeit als Trainer, das von der Seite zu sehen. Was wollen die Medien? Wie ticken die Medien? Das habe ich als Spieler schon erlebt. Jetzt lerne ich es noch mal mehr von der Medienseite kennen und kann das dann wieder mitnehmen in den Trainerberuf. Das deckt sich und macht natürlich Spaß, auch mit den Leuten zusammen zu sein und einfach über Fußball zu reden. Wobei du warst schon als Profi, kann ich aus eigener Erfahrung ja sagen, immer einer, der auch nach vorne gegangen ist vor die Kamera, sehr reflektierend auch über Fußball gesprochen hat und über die Spiele. Da führt doch die nächste Karriere, die eben als jetzt bald auch zu hören zu sein beim beim CDF, ist das eigentlich stringent? Ja, das hat mir immer schon Spaß gemacht, oder ich hatte keine Probleme davor, dann auch irgendwo meine Meinung zu äußern oder irgendwie Berührungsängste mit der Kamera. Ich finde es auch okay, wenn da jemand ein bisschen zurückhaltender ist. Das war jetzt nie mein großes Problem gewesen, auch sich in schwierigen Situationen zu stellen oder einfach seine Meinung kundzutun. Es muss ja nicht immer auch die Meinung aller anderen sein, aber ich glaube, dass gerade auch als Experte im Fernsehen es wichtig ist, dass man eine klare Meinung hat und die auch benennt, ohne irgendwo jemanden persönlich da irgendwie zu attackieren. Von daher fällt mir das relativ leicht vor der Kamera jetzt und ich hoffe, dass man das dann auch sieht, dass es mir nicht so schwer fällt und von daher alles gut, ja. Ja, wenn man Reporter ist, dann hat man bei jeder Mannschaft, weiß man schon, wenn man ein paar Tage dabei ist, mit wem man ein Interview machen kann und mit wem man es besser sein lässt, weil wenig kommt, wie man so schön sagt. Bei dir wusste man immer, ja, wenn du in Hanno kannst du immer fragen, da kommt was Vernünftiges unterm Strich raus. Ist ja auch ein Kompliment und auch so gedacht. Du hast deine Karriere beim FC Alsbach gewonnen. Im hessischen, glaube ich, liegt das. Ja, auch deine Heimat. Aber du warst als Jugendlicher nicht nur ein guter Fußballer, sondern du warst vor allen Dingen auch ein guter Leichtathlet, was vielleicht die wenigsten wissen. Du bist, glaube ich, auch mal Hessenmeister im Hochsprung geworden. Warum dann letztendlich die Karriere zum Fußball und nicht als Leichtathlet? Denn damals in dem Alter kann man ja noch nicht von Geld sprechen. Ne, das stimmt, aber Fußball war immer die Nummer eins gewesen. Also bei mir, ich habe als kleiner Deutsch angefangen, mit fünf Jahren Fußball zu spielen bei meinem Heimatverein FC Alsbach. Ich bin in Alsbach-Hähnlein groß geworden. In Hähnlein steht mein Elternhaus und das hat sich so durchgezogen. Also ich habe dann mit dem Eintritt in die weiterführende Schule, in die fünfte Klasse, bin ich dann zur Leichtathletik gekommen, hatte da unheimlich großen Spaß dran, habe da auch vor allen Dingen die Mannschaftswettkämpfe sehr genossen, dann auch die Schulwettkämpfe. Wir waren dann mit unserer Schule dreimal beim Bundesfinale in Berlin. Das ist auch ein Riesenerlebnis, dann einen Leichtathletik-Bettkampf im Olympiastadion zu machen. Und es war neben dem Sportlichen, dass es mir gut getan hat, die leichtathletische Ausbildung, auch für den fußballerischen, für den athletischen Bereich, auch was Beweglichkeit, was Laufkoordination, was sowas betrifft, war es auch sozial ein unheimlich angenehmer Ausgleich. Also man weiß ja, wie es auch in Fußballmannschaften zugehen kann und wie es auch in Jugendfußballmannschaften zugehen kann. Und in der Leichtathletik ist es dann schon ein bisschen ein anderer Umgang. Wir haben Jungs und Mädels gemeinsam trainiert und das war eine sehr entspannte, sehr schöne Zeit gewesen. Und ich habe dann auch für den Fußball unheimlich viel mitgenommen. Aber es war immer klar, Fußball ist die Nummer eins, sehr zum Leidwesen des Leichtathletik-Trainers. Wie hoch war deine Höhe damals bei dem Meisterschaftssprung? Ich bin dann als A-Schüler oder so bin ich 1,72 hochgesprungen. Das war damals dann gleich für den Hessenmeister-Titel und habe das durchgezogen bis zum Abitur, habe dann Sportabitur gemacht. Und da bin ich dann nochmal 1,82 hochgesprungen. Das war nochmal das Ziel, über mich selbst drüber zu springen, über die eigene Körpergröße. Und dann war der Fokus aber dann auch durch den Schritt nach Mannheim, Fußball, war dann klar auf dem Fußball gelegen nach dem Abitur. Du warst noch A-Jugendlicher, als du dein erstes Spiel für den SV Waldhof bestritten hast. Das ist, glaube ich, 22 Jahre mittlerweile her, also eine ganze Weile. Es war in der zweiten Bundesliga noch. Hast du noch Erinnerungen an dieses erste Spiel oder beziehungsweise die Stunden vorher? Mit A-Jugend, da warst du, keine Ahnung, 19? Ah, Quatsch, 18. 18 Jahre alt, Nervosität da, Angst davor oder warst du ganz locker jugendlich frei? Naja, locker ist man, glaube ich, nicht. Das wäre gelogen, wenn man sagt, als 18-Jähriger ist man locker. Und Uwe Rappolder war ein Trainer, der damals gerade auch die jungen Spieler gefördert hat, aber auch gefordert hat. Also auch jemand, der eine sehr deutliche Ansprache hatte, was mir jetzt dann im Endeffekt nicht, für mich nicht schlecht war. Aber es hat nicht dazu geführt, dass man komplett locker in so ein Spiel gegangen ist oder dann da mitgefahren ist bei den Profis. Und das war natürlich Zweitliga-Fußball. Also da ist natürlich dann auch schon Druck da, überhaupt keine Frage. Und das spürst du natürlich als junger Spieler auch. Du spürst, glaube ich, noch nicht so die Verantwortung, wie das damals dann die tragenden Säulen in der Mannschaft. Darius Passieka zum Beispiel als unser Kapitän damals oder Sascha Lichtern als Torjäger, die so ein bisschen die Achse gebildet haben. Die haben eher so die Verantwortung getragen. David Montero an meiner Seite im defensiven Mittelfeld, da konnte man sich ein bisschen hinter verstecken und mitschwimmen und Erfahrungen sammeln. Und dann hat sich irgendwann dann auch die fußballerische Klasse durchgesetzt. Aber ich glaube, dass man diese Verantwortung nicht tragen muss, das führt dann zu einem gewissen unbefreiten Aufspielen. Aber so ganz locker ist man nicht. Du hast dann einige Stationen gehabt, unter anderem den 1. FC Köln, wo Fußball ja fast eine Religion ist, wie wir leider in jüngerer Vergangenheit wieder gesehen haben. Und da hast du in einer WG gelebt mit deinem besten Schulfreund. Und da gibt es die Anekdote, dass du sehr viel vom Kölner Nachtleben, das ja sehr skibig sein kann, mitbekommen hast. War das so? Ich sage, das ist eine Anekdote. Ja, also deutlich mehr vom Nachtleben mitbekommen, als in den Stationen später, um das ein bisschen zu relativieren. Natürlich, wir waren beide jung gewesen. Mein bester Kumpel hat unabhängig davon in Köln angefangen zu studieren. Und dann hat es sich einfach ergeben, zusammen eine Bude zu nehmen. Wir sind beide erstmals von zu Hause aus gezogen. Ich glaube, das ist ganz normal als junger Mensch, dass man dann auch sein Leben lebt. Aber ich habe schon auch gewusst, dass ich Fußballprofi bin und nicht zuletzt dann auch danach gelebt ein Stück weit. Ich habe auch auf vieles verzichten müssen, auch in der Zeit. Auch gerade so die Jahre davor, als dann mal Waldorf-Mannheim interessanter wurde und es in den Profibereich ging. Also schon die eine oder andere Abifeier oder Abifahrt, die dann an mir vorbeigegangen ist. Das gehört ein bisschen mit dazu. Das hat auch in Köln dazugehört. Aber natürlich, gerade dann der Kontakt zu meinem besten Kumpel, habe ich dann die eine oder andere Studentenparty zu der Zeit und bei ihm auch mitgenommen. Und wir haben das natürlich auch genossen. Ich glaube, es ist doch auch für einen Profi völlig egal, ob er jetzt nachts um zwölf, um elf ins Bett geht, wenn er am nächsten Tag seine Leistung bringt. Oder klar ist es nicht leistungsfördernd, wenn du mit 15 Bier um zwölf, halb eins ins Bett gehst. Aber es muss nicht immer nur schädlich sein. Nein, also ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Als Trainer oder Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft erzähle ich den 18-Jährigen natürlich, dass sie alle leben müssen wie der Papst. Ist ja klar, um hochprofessionell zu sein. Aber natürlich brauchst du auch diesen Schuss Lockerheiten. Du musst auch als Mensch leben. Und ich glaube, dass das mir auch in meiner Karriere gut getan hat, dass ich schon professionell war. Wie gesagt, man kann dann auch mal über die Stränge schlagen. Und es können vielleicht auch mal zwei Bier sein und es kann auch mal drei Uhr nachts sein. Aber es darf halt nicht fünf Tage in Folge drei Uhr nachts sein. Und es dürfen halt auch nicht extrem viel mehr als zwei Bier sein. Und wenn man das weiß, dann glaube ich, kann man seine Leistung auf einem hohen Niveau halten oder sogar immer noch steigern. Weil dann dieses Menschsein auch dazu führt, dass man sich wohlfühlt. Und nur dieses Wohlfühlen führt dann auch dazu, dass man in seinem Beruf, sei es Fußballer oder sei es Mitarbeiter bei der Sparkasse oder sonst irgendwo, einfach dann auch seine Leistung bringt und da seine Qualität zeigt. Logisch. Du hast drei Kinder. Eines, das älteste glaube ich, ist in Köln geboren und ist FC-Fan in Köln. Wie gehst du denn mit dem Thema um? Oder bist du selbst noch so ein Stück weit ein Kölscher-Jung? Die Jungs, die beide fußballinteressiert sind, die fiebern grundsätzlich bei der Bundesliga mit. Und dadurch, dass er in Köln geboren ist, hat er da eine gewisse Affinität zu. Aber ich finde es einfach schön, dass sie sportbegeistert sind und jetzt auch gerade, dass sie Fußball spielen, dass sie da Spaß haben. Ich finde es wichtig, dass die Kids im Mannschaftssport machen, weil es neben dem einen sich zu bewegen natürlich auch beinhaltet, dass gewisse Werte mitgegeben werden. Das finde ich ganz schön für sie. Gerade so der Umgang mit anderen, das finde ich toll. Und ja, meine Ex-Vereine beobachte ich natürlich noch. Und ich muss sagen, so im Nachgang, wenn man so die Karriere Revue passieren lässt, war der Schritt damals richtig, dann zu Bayer Leverkusen zu gehen, weil dann da auch die Geschichten kamen mit Champions League, mit dem Länderspiel, das ich machen durfte. Also die Karriere ging weiter nach oben. Aber so von der Emotionalität her war das ja in Köln schon besonders gewesen, auch wenn wir damals abgestiegen sind. Und so im Nachgang, ich hätte mich auch mit 343 Spielen nur für den 1. FC Köln gut sehen können, in Anführungszeichen. Aber gerade so als junger Spieler strebst du natürlich danach, das Maximum auszuloten. Das habe ich auch versucht. Ja, du hast ja, wenn man so sieht, die ganzen Vereine, du warst in Mainz, ja auch so ein Verein, wo Fußball auch gelebt wird. Leverkusen hat man ja immer gesagt, dass es so ein Tortenklub ist. Köln natürlich, du warst in Hannover, bist wieder zurück nach Leverkusen, warst beim FSV Frankfurt. Welche der Stationen, obwohl du es ja gerade mehr oder weniger schon anklingen gelassen hast, welche waren denn prägend auch so für dich als Mensch? Nicht als Fußballer, sondern eher als Mensch. Ja, Köln war schon besonders. Also zum einen natürlich, weil es der Schritt raus aus dem Elternhaus war. Also das erste Mal alleine zu leben überhaupt. Da war jetzt der Verein oder der Klub dann, ich würde sagen, sekundär. Aber allein der Schritt, erwachsen zu werden, das war schon für die Entwicklung natürlich ganz, ganz wichtig gewesen. Und dann auch mit allem zu erleben, was in so einem Verein und was mit dem Beruf Fußballer passieren kann. Also wir sind dann am Ende des Jahres leider abgestiegen mit dem 1. FC Köln. Und da erlebst du schon so eine begeisterungsfähige Stadt, wie da die Stimmung auch mal kippen kann. Ich habe schon dann auch erlebt, dass dir dann Bier entgegengeschüttet wird im Vereinsheim oder dass du im Kofferraum aus dem Stadion gefahren werden musst, weil die Fans das Marathon-Tor damals im alten Ingresdorfer Stadion noch belagert haben. Wo du auf einmal in der Zeitung liest, dass alle Spieler des 1. FC Köln Verbot haben, in die Diskotheken zu gehen und so. Und da merkst du schon, das ist eine begeisterungsfähige Stadt und die stehen brutal hinter ihrem Verein. Aber wenn es nicht läuft, dann ist das auch nicht so angenehm als Spieler. Egal wie sehr du dich dann damit identifizierst oder wie gut du selbst als Einzelner gespielt hast, du wirst dann als Spieler der Mannschaft wahrgenommen und das ist natürlich auch etwas, was für dich als Mensch prägend ist. Es gibt ja viele, die sagen, naja, diese oft Anfeindungen, die man erlebt, auch im Stadion, auch das Werfen von Bier, Feuerzeugen, was weiß ich noch alles, das müssen die Profis auch akzeptieren. Das ist halt der Preis dafür, dass sie so viel Geld verdienen. Was würdest du denen sagen, die so etwas behaupten? Ich sehe den Zusammenhang nicht. Also ich sehe den Zusammenhang nicht zwischen dem, ich verdiene viel Geld und muss mich dann beleidigen lassen oder bewerfen lassen oder sonst irgendwas. Also im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass jeder, der viel Geld verdient, egal in welcher Position, ja, freiwillig ist, von jedem irgendwo angegangen zu werden. Dass das natürlich ein Stück weit dazugehört, dass man vielleicht mehr Kritik vertragen muss als jemand, der im, ja, vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehenden Beruf ausübenden, ja, das mag ich alles akzeptieren, das ist alles okay, aber ich glaube, es hat alles Grenzen. Man kann mit Kritik umgehen und gerade wenn die Kritik sachlich ist, ist das auch so ein bisschen mein Credo als Fußballexperte. Ich will da eine klare Meinung haben und ich will auch Leute kritisieren oder Sachen kritisieren, aber wenn sie sachlich fundiert sind, dann attackiere ich den Menschen oder die Persönlichkeit nicht, den Charakter nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Spieler, die dann sachlich kritisiert werden, damit auch echt professionell und gut umgehen können. Weil sie wissen, es kommt vielleicht auch gerade von einem Kollegen, der weiß, um was es geht oder der hat vielleicht sogar ein Stück weit recht damit. Aber so diese persönlichen Anfaltungen, ich sehe da keinen Zusammenhang mit dem Gehalt oder dem Verdienst, das man hat. Ich kenne viele Profisportler, die ebenso im Rampenlicht stehen wie du oder standen. Die haben mir immer gesagt, sie lesen eigentlich gar keine Zeitung. Gerade wenn du von Köln sprichst, wo wir wissen, dass die Presse durchaus in der Lage ist, gerade Boulevard, wo es ja viel gibt in Köln, die ordentlich austeilen können. Hast du denn Zeitungen gelesen, auch Spielberichte oder Berichte über dich während deiner Karriere? Also ich glaube, dass ich niemanden davon freimachen kann. Also auch selbst die sagen, die Trainer, die es sagen oder die Spieler, die es sagen, ich lese keine Zeitung, werden trotzdem damit immer wieder konfrontiert. Das hat jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik genommen durch die Social-Media-Geschichte. Das ist einfach viel schneller, aber selbst früher, also selbst wenn ich keine Zeitung gelesen habe, kein Bild und kein Express gelesen habe, wirst du ja trotzdem dann von Freunden angerufen. Ja, hast du gesehen, was über dich in der Zeitung steht und hast du das gelesen? Und ich war da mal im FC-Forum drin, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Also du bekommst die Sachen ja trotzdem zugetragen, selbst wenn du sie nicht gelesen hast oder selbst wenn du versuchst, das weitestgehend von dir fernzuhalten. Ich glaube, es ist, ich finde es auch nicht schlimm, dass man damit konfrontiert wird oder dass das kommt. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man für sich lernt, gerade als junger Spieler damit umzugehen. Also, dass du für dich klar bist, welche Meinung ist mir wichtig, welche ist aussagekräftig. Und das kann dann eigentlich nur die Meinung der sportlichen Leitung, sprich Trainer, Sportdirektor sein, das engste Umfeld, Partner, Eltern, beste Freunde. Und dann hört es aber auch auf. Alles andere ist dann Großraum Meinung und das darf man dann nicht zu sehr an sich ranlassen. Du hast es vorhin angesprochen, du hast genau ein Länderspiel gemacht, also ein A-Länderspiel, wohlgemerkt im Unionbereich deutlich mehr. Warum sind es nicht mehr geworden, Hanna? Falsche Zeit? Nee, also ich war ja, ich glaube, viermal bei der A-Nationalmannschaft dabei, zu einem Zeitpunkt als U21-Nationalspieler. Ich war Kapitän der U21-Nationalmannschaft unter Uli Stielicke. Und wenn es dann oben Engpässe gab, dann war ich dann mehrfach nachnominiert worden. Und bei einer dieser Nachnominierungen bin ich dann auch zum Kurzeinsatz gekommen. War dann so, dass es einen Trainerwechsel gab. Rudi Völler hatte aufgehört als Bundestrainer und Jürgen Klinsmann kam. Da wurden sehr viele neue Spieler ausprobiert und in dem Zeitpunkt hatte ich keine feste Position in Leverkusen. Also ich war nicht immer Stammspieler, aber ich habe auch mal rechter Verteidiger gespielt, dann mal im Mittelfeld, dann mal auf der linken Seite, dann bin ich mal da reingekommen. Dann habe ich mal wieder zwei Spiele von Beginn an gemacht. Also ich war auch gar nicht so sehr greifbar, für welche Position kommt der denn überhaupt in Frage. Und mir da vielleicht auch so ein bisschen durchs Raster gefallen und hatte dann auch nicht bei einem sehr guten Verein, Bayer Leverkusen, nicht die Spielzeiten, um zu sagen, der hat es auf jeden Fall verdient, Nationalspieler zu sein. Und dann ist es im Endeffekt dann bei der Stippvisite, sage ich mal, geblieben, bei den viermalen dabei gewesen zu sein und dann im Einkurz weiter zu sein. So, dann kommen wir Richtung Karriereende. Es geht zum SV Waldhof, der immer begleitet wird von Turbulenzen in und um den Vereinen außenrum. Das weiß man, bevor man dorthin geht. Und gerade du, der es ja dann schon deutlich früher auch selbst am Anfang der Karriere erlebt hat. War es trotzdem so der ganz große Herzenswunsch? Ich will helfen, dass dieser Verein endlich aus der vierten wieder in die dritte Liga aufsteigt. Ja, Herzenswunsch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich habe es ja vorhin angedeutet, es hat einfach auch gut gepasst mit der beruflichen Situation, mit dem Übergang. Es war einfach ein stimmiger, ein schöner Übergang. Es ist immer die Profikarriere langsam zu beenden und den Übergang in die neue Lebensphase einfach zu gestalten. Und da hat sich Waldhof Mannheim angeboten. Es war noch mit einem anderen Verein im Gespräch. Das war dann nicht zu realisieren, auch dann mit den unterschiedlichen Vorstellungen, Arbeitszeiten. Ich habe auch zwei Regionalligaspiele verpasst, weil ich dann für das ZDF im Einsatz war. Und hat aber einfach, von den Emotionen her ist es einfach schön. Du weißt, du bist trotzdem eigentlich immer noch Profi vor der Kulisse in dem Stadion. Und für mich war es natürlich emotional schön, weil ich habe es auch immer versucht, dann so zu skizzieren. Der Kreis hat sich einfach geschlossen. Also da, wo es angefangen hat mit der Profikarriere, da hört es dann 17 Jahre später wieder auf. Das war schon emotional schön. Und dann hatten wir auch ein sportlich tolles Jahr gehabt. Auch wenn wir dann den Aufstieg in den Relegationsspielen nicht realisieren konnten. Aber dann nochmal von einem ausverkauften Haus zu spielen im Karl-Benz-Stein, das ist natürlich schon eine fantastische Sache gewesen. Auch gerade die wichtigen Spiele zu Hause, wo auf einmal Zahlen waren 15.000, 16.000 Zuschauer bei einem Regionalligaspiel. Das war ja außergewöhnlich gewesen. Und das hat immer unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn du jetzt zurückblickst auf all die Jahre, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hätte ich anders machen können? Ja, klar. Sollen? Ja, klar. Vieles? Ja, vieles nicht, aber ich glaube, es geht jedem so. Also jeder, der mit seiner beruflichen Situation oder privaten Situation grundsätzlich mit seinem Leben auch selbstkritisch umgeht, wird immer wieder zurückblicken und sagen, die Entscheidung war vielleicht nicht die glücklichste oder nicht die beste. Ich glaube, ich kann für mich sagen, dass zu den jeweiligen Zeitpunkten die Entscheidung da getroffen zu haben und so getroffen zu haben logisch war und auch richtig war. Im Nachgang gibt es natürlich Entscheidungen. Vorhin angedeutet, ich hätte mir wirklich auch vorstellen können, lange bei einem Verein zu bleiben. Beispiel beim 1. FC Köln. Steigen wir am letzten Spieltag mit Waldhof Mannheim auf, als ich zu Beginn meiner Karriere hier war, dann sind wir auf einmal Erstligist. Dann weiß man auch nicht, was das für eine Entwicklung nimmt. Dann aber die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt habe ich mich auf dem Niveau bewiesen, jetzt möchte ich auch den nächsten Schritt in die erste Liga gehen und den Wechsel machen. Im Nachgang ist es, glaube ich, nur wichtig, dass man die einzelnen Entscheidungen wirklich dann kritisch hinterfragt und dann daraus lernt. Also ich habe zum Beispiel einen Winterwechsel gemacht von Leverkusen nach Mainz. Das war eine Ausleihe, oder? Nein, war keine Leihe. Ich bin fest gewechselt, auch mit einem dreieinhalb Jahresvertrag nach Mainz im Winter und habe aber die Gespräche für den Wechsel aufgrund der Besonderheit, dass ich schon mit Leverkusen im Trainingslager war und die Mainzer auch schon in Spanien im Trainingslager waren, ist alles nur fernmündlich gelaufen. Das heißt, ich habe damals mit Christian Heidel telefoniert, ich habe mit Jürgen Klopp, der damals Trainer war, telefoniert gehabt und habe für mich im Nachgang rausgezogen, das würde ich nie mehr machen. Also du musst mit den Leuten einfach persönlich sprechen, um nochmal ein anderes Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt nicht, dass das der Grund war, warum es dann in Mainz nach einem halben Jahr besser war, dass man wieder andere Wege geht, aber das ist etwas, was man damit rauszieht, was ich rausgezogen habe, dass ich solche wichtigen Entscheidungen dann immer auch aufgrund von einem persönlichen Gespräch treffe, um da ein anderes Gefühl zu kriegen. Jetzt hast du neben dem CDF-Karriere ja noch die zweite Karriere, in Anführungszeichen, als U19-Trainer. Deswegen natürlich die Frage, wenn man dann in den Nachwuchsbereich auch geht oder Trainer wird, ich kann mal gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wie weit der Weg da gehen soll, aber du hast ja mit vielen renommierten Trainern zusammengearbeitet. Du hast ein paar angedeutet, Stielicke, Rapolda, Jürgen Klopp, ich glaube Ebernd Lien war auch mit dabei, also Namen, die geläufig sind fast jedem Fußball-Experten oder auch Fußball-Fan. Welcher war denn der, der dich am meisten geprägt hat, wo du vielleicht auch heute etwas übernommen hast für die U19? Ja, ich glaube, das muss man auch ein bisschen differenzieren, weil natürlich jeder Trainer so seine Besonderheit und auch seine große Stärke hat. Und ich glaube, dass das wichtig war für mich auch immer zu gucken, was fand ich besonders gut an dem Trainer, was fand ich nicht so gut, was würde ich für mich später übernehmen, was hat mir als Spieler gut getan, wo war es vielleicht besonders kritisch, aber im Nachgang muss ich sagen, es war genau richtig gewesen. Und da, wenn Uwe Rapolda, muss man sagen, war zu dem Zeitpunkt, zu Beginn meiner Karriere natürlich taktisch, einfach vielen Trainern komplett voraus, was die Trainingsgestaltung betrifft, was die taktische Umsetzung betrifft, war er da einfach Vorreiter gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da sind Übungen dabei, die kannst du bis heute auch in der U19-Nationalmannschaft umsetzen. Im Vergleich dazu dann so der menschliche Umgang unter Ewald Lien, unter Jupp Heynckes, ganz herausragend, was für ein Gespür die für den Menschen haben und wissen, wie wichtig der Mensch ist, der gleichzeitig ja auch als Spieler funktionieren soll. Und dass es häufig dann auch bei Entscheidungen für einen Verein, für einen Trainer dann auch um diese menschliche Seite geht. Kleine Geschichte, Ewald Lien war bei dem Wechsel dann von Mannheim nach Köln der Einzige von vielen Gesprächen mit Bundesligisten, der dann gefragt hat, wie ist eigentlich die Situation? Hast du schon Zivildienst gemacht oder warst du bei der Bundeswehr? Kommst du mit Partnerin? Was ist deine Partnerin von Beruf? Müssen wir da irgendwie auch für sie beruflich irgendwie unterstützen kommen? Wollt ihr zusammenwohnen? Wie ist die Situation? Und so weiter und so fort. Also Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, du sollst bei uns da im Mittelfeld spielen und du sollst die Aufgabe erfüllen sportlich. Und wir haben das und das angedacht, sondern es geht nur um das Menschliche. Und da fühlst du dich natürlich auch ganz anders abgeholt. Und das ist was, das ich jetzt auch in die tägliche Arbeit versuche einfließen zu lassen, dass da natürlich junge Talente sind bei der U19-Nationalmannschaft, die alle hoch veranlagt sind, die alle hohe Ansprüche haben, aber dass man aus denen vielleicht dann auch noch mehr herauskitzeln kann, wenn man einen guten menschlichen Draht zu ihm hat. U19, Co-Trainer derzeit. Wohin geht die Richtung? Ist die große Karriere als Trainer in Planung? Wünschst du dir diese Karriere überhaupt? Oder bist du eher der, der sagt, ich bleibe im zweiten Glied? Nein. Also ich bin schon jemand, der jetzt auch vergangenes Jahr den Fußballlehrer gemacht hat, also da die Ausbildung abgeschlossen hat, die Trainerausbildung abgeschlossen hat, jetzt mit der UEFA Pro Lizenz, um irgendwann auch mal selbstverantwortlich eine Mannschaft zu übernehmen, wenn es die Trainergeschichte sein soll. Ich sehe diesen Schritt, den Fußballlehrer gemacht zu haben, auch einfach, um sich da breit aufzustellen, auch wenn man dann in einer übergeordneten Position als Leiter von einem Nachwuchsbereich oder als sportlicher Leiter von irgendeinem Verein arbeiten will, um mit dem Trainer einfach auf Augenhöhe zu diskutieren und ihn zu unterstützen. Dafür erachte ich das auch als wertvoll und wichtig, so eine Ausbildung gemacht zu haben. Aktuell im Moment, aufgrund der privaten Situation mit den drei Kids zu Hause, die noch relativ jung sind, sehe ich mich jetzt nicht im Higher-and-Fire-System der Bundesliga. Es gab schon jetzt in den vergangenen Jahren eins, zwei Anfragen, auch als Co-Trainer oder in den gehobenen Amateurbereich als Cheftrainer zu gehen. Aber ich fühle mich im DFB deswegen auch besonders gerade noch sehr wohl, weil ich auf der einen Seite mit Talenten auf höchstem Niveau zusammenarbeiten kann, aber auf der anderen Seite auch noch viel Zeit habe, mich um meine Kids zu kümmern. Und das steht im Moment im Vordergrund, das ist die Priorität. Aber ich arbeite natürlich auch daraufhin, vielleicht beim DFB den nächsten Schritt zu machen und da eine Junioren-Mannschaft vielleicht mal verantwortlich übernehmen zu können. Aber ich spüre im Moment keinen Druck in mir zu sagen, ich muss jetzt möglichst schnell irgendwas realisieren. Bei der Recherche habe ich festgestellt oder gelesen, dass du ein großer Fan bist oder warst von einer Fernsehserie, die ich nie gesehen habe, nämlich Stromberg. Und du könntest sogar aus dieser Sendung zitieren. Kannst du es? Und woher kommt das? Ich habe die Sendung nie gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, die liegt schon einige Jahre zurück, deswegen kann ich auch nicht mehr daraus zitieren. Aber wir haben sie natürlich seinerzeit verschlungen. Christoph Maria Herbst, der einen Abteilungsleiter in der Versicherung spielt und mit teilweise derbem Witz, schwarzem Humor seine Crew führt, von einem Fettnäpfchen ins nächste tapft und sehr belustigend. Und war zu dem Zeitpunkt, als es ausgestrahlt wurde mit x Staffeln, ein sensationeller Ausgleich dann bei den ganzen Busfahrten und Flügen, die man da als Fußballprofi gemacht hat. Also viel gelacht dabei zur Entspannung. Absolut. Gut, dann werde ich nicht nachfangen. Du könntest eh sagen, was du willst. Ich kann eh nicht sagen, ob das richtig ist. Stimmt oder stimmt nicht. Da ich es nie gesehen habe. Das ist schon ein bisschen her jetzt. Du bist ja auch ein Mensch aus der Region. Wir sind hier bei Kurpfalzer Leben im hessischen, ist das noch südhessische? Genau, wir sind quasi der südhessische Zipfel. Genau, das Ried dann, ne? Ja, wir gehören zur Bergstraße. Bergstraße Ried, das geht da ja ineinander über. Genau, war aber ich glaube 10, 12 Kilometer weiter. Das ist dann die hessisch-badische Grenze. Und genau, da bin ich groß geworden. Dann bin ich zur Schule gegangen. Und dann war eigentlich der Schritt vorprogrammiert dann irgendwann aus der Jugend zu Eintracht Frankfurt. Das war der eigentlich logische Schritt. Und dann haben sich aber damals Roland Dickisser als damaliger A-Jugendtrainer sehr bemüht. Und der Jugendleiter Horst Kilian hat mich dann auch mit 17 noch viermal die Woche zum Training abgeholt mit seinem Privatwagen. Das war dann auch für meine Eltern, unsere Familie. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Einfach auch eine große Erleichterung. Und war nicht die verkehrteste Entscheidung, nach Mannheim zu gehen. Du hast es vorhin angedeutet, Köln wunderbar. Nicht nur wegen dem Fußball, wahrscheinlich auch die Stadt außen herum. Aber ist diese Region, in der wir hier leben, auch deine Lieblingsregion? Weil Heimat? Ja, also ich habe schon einiges kennengelernt. Ja, damit sie auch unterschiedliche Regionen. Im Westen dann mit Köln und Leverkusen haben wir in der Summe fünf Jahre in Köln gelebt. Wir waren fünf Jahre in Hannover, waren dreieinhalb Jahre in Nürnberg gewesen. Also wir haben schon eine kleine Deutschlandtour hinter uns gemacht. Und wir sind jetzt auch bewusst in die Heimat zurückgekehrt. Also zum einen genießen wir es natürlich, dass unsere Kinder auch die Nähe zu Oma und Opa, zu unseren Eltern haben. Wir haben sogar noch die 91-jährige Oma meiner Frau lebt bei uns in Bensheim. Also es ist natürlich, da geht einem das Herz auf, wenn man sieht, dass die Uroma dann mit den Urenkeln zusammen Plätzchen backt. Und das sind einfach Werte und Erfahrungen, die wir im Moment sehr schätzen für unsere Familie. Und ja, wir haben uns hier immer wohl gefühlt. Wir sind hier groß geworden. Unser größter Sohn ist jetzt in die weiterführende Schule gekommen, geht in die Schule, in der wir beide uns kennengelernt haben. Also da schließt sich auch wieder ein kleiner Kreis. Und ja, das ist einfach, ich glaube, wenn man über Heimat spricht, dann spricht man über ein Gefühl. Und das empfinden wir, das hat mit Freunden zu tun, das hat mit Familie zu tun, das hat mit dem Umgang untereinander zu tun. Bis hin zum Dialekt, gehört ja auch dazu. Und deswegen sind wir zurückgekehrt und deswegen wird das auch erstmal unsere Basis bleiben. Ich habe das vorhin gesagt, es war immer ein Spaß für uns Reporter, Interviews mit dir zu machen. Das darf ich auch jetzt über die vergangene halbe Stunde sagen, dass es ein Spaß war, sich auf der Ebene mal zu unterhalten und eben nicht über ein Spiel, das gerade vorbeigegangen ist. Alles Gute, Hanno, natürlich, logisch, beim CDF. Wir werden genau hinhören, wenn man dich dann auch hören kann. Ja. Und du nicht nur im Hintergrund arbeitest. Und viel Spaß als Trainer. Alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank für den Besuch hier. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.